Wir gucken uns heute mal an, wie das aussieht, wenn unser Wanderzirkus Station macht. Wir brauchen dann schon eine kleine Festwiese, um alles aufzubauen. Da steht er also. So, hier draußen ist die Schule mit dem Mathis und der Nadine. Drinnen kann man sehen, E-Learning funktioniert. Da sitzt der Anton. So sieht das von drinnen aus. Oben sind die Betten der Kinder. Anton, hast du noch einen Beitrag zu machen? Ansonsten würde ich hier mal kurz weiter die Führung machen. Hier haben wir sozusagen unser ganzes Strandzeug, das Segelbootequipment, die Fahrräder und die Heckgarage. Das ist sozusagen hier unser klappbares Bett. Das kann man auch runterlassen. So schaut das Ganze aus und auf dem Nachbargrundstück ist die Fahrradwerkstatt, weil der Mathis hat sein Rad plattgefahren. Und das muss jetzt mal repariert werden, ne Mathis? Ja. Wie läuft es in der Schule, Mathis? Schlecht. Schlecht? Wo hängt es? Wo hängt es denn? Beim Würfeln? Was? Gut, soweit. Der kleine Rundgang.